Die Vex trauern immer noch um ihren Nexus. Doch für die Vex ist Zeit relativ. In einem Augenblick ist ein Konstrukt verloren, im nächsten wird es wiedergeboren. Wenn ein wichtiger Teil des Netzwerks zerstört wurde, dann rufen sie den Restaurativgeist herbei. Er hat damit begonnen, eine Brücke durch die Zeit zu bauen. Wenn diese Brücke nicht zerstört wird, wird der Nexus wiedergeboren werden. So, jetzt kann ich glaube ich reden. Ja, wie man mitgekriegt hat, wir sind wieder zurück in Destiny, wozu, ähm, das Erwachen der Eisernen Lords. Und, ja, wir spielen diesmal einen kleinen Strike. Oh shit. Und, sollen, wie man mitbekommen hat, die Wiedergeburt des Nexus verhindern. Das ist ja easy, aber erstmal, bevor easy, wollte ich hier auspacken. Dann ist Barrieren-Technologie dieser Art sehr instabiliert. Ey, geh mal recht. Sie hat recht. Finde eine Arcus-Quelle. Du kannst damit die Barrieren lahmlegen. Also, ich hab so, ähm, verschiedene Ausrüstungssets für mich selbst, weil ich was benutzt. VE benutze ich eigentlich am liebsten das Scout-Gewehr, weil das ist schön stark. Ähm, ja, und dann soll ich als Mission noch hier, das hier aufleveln, klingt, tanzt, bis das ganz voll ist. Kann ich auch mal kurz zeigen. Hier fehlt mir nicht mehr viel. Deswegen benutze ich das da immer. Und für PvE benutze ich dann natürlich Maschinengewehr, weil mit Maschinengewehr ist das deutlich einfacher. Im PvP erfolgreich zu sein. Ja, boom, Headshot, 6800 Schaden. Also, das Scout-Gewehr, das lohnt sich schon und das hat auch einen höheren Eingriffswert als, ähm, das Maschinengewehr, wodurch mein Lichtlöffel nochmals erhöht wird. Also, da hinten die schwere Munition sehe ich. So, hier auf das mal die Näh. Ah, hat Auer gemacht, ne? So, verdient. So, hier sollen wir was machen. Mein Team hat gerade übelsten Stress am Start. So, easy Headshot, easy Headshot. Ich will ja gerade noch gar nicht runter. Ich weiß nicht, wie viele da unten noch gammeln. Und wenn ich verrecke, dann müssen wir das hier alles von vorne machen. Aber ich denke, ich kann runter und dann sind sie alle tot. Ich komm runter, will sie wiederbeleben und was ist, sie kratzen ab. Ja, alles klar. Kann man mal machen. So, hier sagen wir mal, ein Ball holen. Würde mich nicht wundern. Ja, ich seh schon, wenn hier jetzt Gegner kommen würden. Eine Beschützer-Mission, also. Ja, weg. So, hauen wir mal Ulti raus. Bam. Wo sind sie denn? Da. Oh. Easy überweg gesprungen. Bam. So. Zack. Erstmal hinpflanzen. Yeah. Yeah. So. Mist. Sie haben meine Baby-Lebens-Hands-Falke. Kedis ihnen nicht gut. Oh shit. LOL. Den habe ich gar nicht gesehen. Aua. Das hat mir voll auf die Rats gegeben. Der hat mich mit einem Schuss zusammen gemacht. Da komme ich irgendwie gerade nicht drauf klar. Der hat mir hart gegeben. Oh, da kommen die Warlords. Oh, er wollte mich gerade wieder überlegen. Ja. Ja, okay. Bleib da doch stehen. Nee, ich treffe dich nicht. Keine Sorge. Ja, willst du da auch noch in die Ecke oder was? So, easy knife. So, okay. So. Oh, mein Gott. So. Was macht der Füße noch da hinten? Nicht! Ja gut, also... Ähm... Läuft. Das Eindämmungsfeld wurde destabilisiert. Alles klar. Geil sei Dank, haut das Ding wieder auf. So. Alter! Uncool! Boah, da hat der Typ mir hart den Arsch gerettet. Nee, du kannst mal abhauen. Mit der will ich nichts zu tun haben. Ja, da hinten ist der Ball. Och nö. Nein. Treff mich hier bitte nicht. Oh ne. Nicht explodierende Schweber. Die mag ich nicht. So. Ja, komm mal aus einem scheiß Verstecker vor. Wo ist der denn? Ist er hinter dem Ding hier? Ja. So. So, der hat den Ball. Aber schnell mein Maschinengewäschchen aufladen. Nachladen. Beziehungsweise. So. Hey, Mr. Ball. Achso, der hat wahrscheinlich versucht hier hochzuspringen, hat aber gemerkt, dass es nicht funktioniert. Alles klar. Erstmal, erstmal hinsetzen. Setzt mich mal ein bisschen besser hin. So. Nein! Ich wollte mich neben ihn setzen. Los. Du hast ihnen bewiesen, dass du eine ernstzunehmende Gefahr bist. Immer noch. Ihre Furcht hat sich in Wut verwandelt. Also, wenn ich nicht gefährlich bin, dann weiß ich auch nicht. Alter, fünf Sphären des Lichts erzeugen. Easy. Zack. Oh. Erstmal voll in das Schiff jumpen. Verschwinde. Verschwinde. Mach einen Abgang. Mach einfach einen Abgang. Alter, solange das Schiff da ist, kann ich... Ja, verpiss mich. Oh, 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 oh. Ja, tschüss. Ah, hinter mir sind auch welche. Die sind gerade echt überall. Fuck. Aber die anderen leben. Nice. Ich jetzt auch. So, der ist auch ich. Was wolltest du sagen? Was wolltest du sagen? Hä? Ich hab dich nicht verstanden. Hm. Ah, jetzt hat er auch keinen Kopf mehr, wenn er das so wieder holen. Plünderer Käpt'n. Ja, aber hier. Kriegst du eine Kronoddle? Das ist natürlich richtig neues. Jetzt komm doch mal her, Alter. Ach, der lockt uns zu seinem Kumpel hier, oder was? So, aber nicht. Jawohl. Einmal Haufenabgang jetzt. Fuck. Scheiße. Der A50 Kills. Das macht mein Team, der. Ein Alter, als ob wir von hier wieder starten. Oh. Jawohl. Ähm. Ähm. Dann rennen wir hier halt noch mal schnell durch. Ihr könnt dann ja natürlich vorspulen, wenn ihr es nicht noch mal sehen wollt. Das war scheiße, dass wir da gestorben sind. Das hätte nicht sein müssen. Ach, deswegen sind die hier gestorben. So, zwei Cent ist nicht so toll. Und dann explodieren wir einfach fünf Schwierigkeiten um mich rum. Alter, das war auch wieder... Das war eine richtige Offensive von mir, ey. Ah, da sind wieder die scheiß Käpt'n. Diesmal geht das aber auch alles schneller. Oh. Ich dachte, ich kann mich mal kurz ausführen. Oh, hochgleist er. Nice. Also diesmal... Schock mir das hoffentlich. Genau so erging es mir vorhin auch. Und den ganzen Junge. Chill mal. Oh, jetzt geht's party. Jetzt geht's party. Jetzt geht's party. Alles klar, party vorbei. Komm, Junge, du bist slow, du bist slow, du bist slow. Geh in Deckung, geh in Deckung. Alles klar. So, in zehn Sekunden bin ich eh wieder, ja. Ja, okay. Dankeschön. So, wir haben ja auch... Ja, wisst ihr, auf euch habe ich keine Lust. Wir können mal hier hart kassieren jetzt aus meiner Maschine. Nein! Mann, ey, die sind... Die sind schon hart, die Dinger, ey. Wenn man gegen die alleine vorgeht. Oh, oh. Nein, bitte nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Pass auf. Pass auf. Hier. Krieg's ne Granate. Dann hol ich mal kurz meinen Kumpel. Und der ist jetzt auf den Sack, okay? So, gemessert er. Nichts kann er. Und den hier auch weg. So, und er hat den Ball dabei. Er hat die Balls. So. 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 Hier, 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 ja. Aha. So, okay. Jetzt sind wir wieder an alter Stelle. Und er hat die Balls zerstört werden, wenn wir sie nur auseinandernehmen und von ihnen lernen könnten. Okay, kann man mal machen. Und er hat übrigens gerade was anderes gesagt als vorhin. Ja. So, okay. Hier ist der Fall. So, aber da ist er auch mit dem Ball. Nee. wird. Aua. Aua mal kurz. Die generieren. So, die Neid haben die gefressen. Also die normalen Camps, die gehen ja. Aber die besessenen Captains, die sind hart. Und... Also die Special. Ficker. Ich brauche ihn auch wieder. Ach so, er ist weggegangen. Jawohl. Ist das ein Scheißernst? Warum? Das können wir doch jetzt eh vergessen. Ohne Spaß einen heroischen Strike zu zweit zu machen. Das ist, als würdest du alleine im Fußball gegen elf Leute spielen. Okay. Du hast dann einfach ein fucking Problem. Aber wir versuchen es trotzdem. Alles klar. Wie werde ich die wieder... Okay. Wir brauchen schwere Muni. Okay. Ach, Scheiße. Dann wird das zurückgesetzt. Aber wir müssen erst aufholen. Sonst macht das keinen Sinn. zu spüren. Ohu. Alter. Das war so. Du siehst. Alter. Die geben dir noch zwei Helds und du bist tot. Und er hat dann einfach...